Hallo Leute, ich bin Panos Panay von Microsoft. Nein, bin ich natürlich nicht. Ich bin Martin von Dr. Windows. Ihr habt mich längst erkannt und ihr werdet euch vielleicht wundern, was ich denn am Donnerstag hier mache, denn normalerweise trete ich ja hier auf YouTube nur am Wochenende auf. Das hat allerdings einen sehr guten Grund, nämlich Microsoft hat heute Neuigkeiten zur Surface-Familie vorgestellt. Normalerweise tun sie das im Rahmen eines glorreichen Events mit reichlich Publikum und viel Tamtam. Das findet in diesem Jahr eben leider alles nicht statt. Ihr wisst warum. Tja, und dann habe ich gedacht, wenn Microsoft nichts macht, dann mache ich halt ein bisschen was. Und für euch an dieser Stelle mal durch die beiden neuen Geräte. Das eine ist gar nicht so ganz neu und mit dem fangen wir dann auch gleich an, nämlich das Surface Pro X. Wir reden gleich über das Gerät. Wir schauen uns erst mal ein schönes Filmchen an. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, Videos können die bei Microsoft, ne? Ja, dann reden wir über das Gerät. Es gab Gerüchte, dass es ein Surface Pro X 2 geben wird. Das ist nicht der Fall. Es gibt ein Surface Pro X weiterhin. Das impliziert schon mal, dass es genau dasselbe Gerät ist wie aus dem Vorjahr. Mit einer Ausnahme. Es kommt jetzt als zusätzliche Option der Microsoft SQ2 zum Einsatz. Der basiert auf der zweiten Generation des Snapdragon 8CX. Hat ein kleines bisschen mehr Leistung. Was das in der Praxis bedeutet, werden wir abwarten müssen. Ja, dies kommt als zusätzliche CPU Option eben hinzu. Das heißt, das Modell mit dem SQ2 ist das neue Top-Modell. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier aufnehme, leider noch nicht die finalen Informationen über die verschiedenen Ausstattungsvarianten und die Preise. Die müsst ihr euch dann auf Dr. Windows rechtzeitig nachlesen. Während ich hier so quassle, seht ihr schon eine schöne Diashow, denn mich seht ihr ja oft genug, aber neue Geräte gibt es nicht jeden Tag zu sehen. Deswegen, ja, während ihr euch diese hübschen Bilder anschaut, jetzt quassle ich einfach noch ein bisschen weiter über das Surface Pro X. Ja, der SQ2 ist wie gesagt die neue CPU Option, begleitet von der Adreno 690 GPU. Im letzten Jahr hieß die A685. Ja, auch hier muss man tatsächlich dann abwarten und in der Praxis schauen, wo denn tatsächlich die Leistungsunterschiede sind. Auf den ersten Blick sieht man, dass es eine neue Farboption gibt, nämlich das Surface Pro gibt es jetzt auch im Surface typischen Platinfarben, so wie das Surface Pro eben auch die ganzen Jahre war. Dann gibt es drei neue Farben für das Type Cover, die heißen Ice Blue, Poppy Red und Platinum eben auch, wie man es vom Surface kennt. Der schwarze Type Cover wird es weiterhin geben und den Pen für das Surface Pro X, den gibt es weiterhin nur in schwarz. Weiterhin haben wir ein 13 Zoll Display mit einer Auflösung von 2880x1920 Pixel. Man kann sich per Windows Hello an dem Gerät anmelden, die SSD ist austauschbar und natürlich ist LTE mit an Bord. Die üblichen Spezifikationen oder die Spezifikationen vom letzten Jahr sind auch die von diesem Jahr, also Gewicht, Maße und so weiter, mag ich an der Stelle jetzt dann nicht alle aufzählen. Was getan haben soll sich aber bei der Akkulaufzeit, Microsoft verspricht jetzt bis zu 15 Stunden. Auch das ist wieder natürlich eine Marketingaussage, die einem kritischen Praxistest unterzogen werden muss, damit man nachher sieht, wie die tatsächliche Laufzeit ausfällt. Außerdem verspricht Microsoft mehr Softwareoptimierungen, sowohl bei den eigenen Apps als auch von Drittanbietern. Somit soll die Performance von Windows on ARM, auch wenn der Prozessor jetzt nicht so viel leistungsfähiger ist, dann in Zukunft deutlich besser sein. Ja, Marketing, Marketing, Marketing. Wir müssen schauen, wie es dann nachher in der Praxis aussieht. Die Vorbestellung soll ab sofort möglich sein und auf den Markt kommt das neue Surface Pro X zusammen mit den neuen Type-Covern dann ab dem 13. Oktober. Ja, das war das Surface Pro X und jetzt kommen wir zur eigentlichen Neuvorstellung des heutigen Tages. Die große Überraschung des Tages ist ja leider mal wieder keine mehr. Das Surface Laptop Go wurde schon vorab und auch mal wieder sehr ausführlich geleakt, wie das leider so üblich ist. Ich hätte das auch tun können schon vor drei Wochen, nur um das mal nebenbei zu erwähnen. Ich habe es nicht getan, habe mir damit die Chance auf viele Klicks versaut, aber ich mache das eben nicht so gerne. Ich würde mich mal wieder freuen, wenn ein neues Gerät auf den Markt käme, ohne dass jemand irgendwas vorher geahnt hat. Aber sei es drum. Wir haben das Surface Laptop Go vor uns, das neueste Mitglied der Surface Familie. Und auch hier machen wir es wieder, wie gerade eben. Bevor wir viel quatschen, schauen wir uns ein nettes Video an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wie ich schon erwähnte, das mit den Videos haben die bei Microsoft echt drauf. Ja, ihr sollt mich nicht so lange sehen, denn wie schon eben erwähnt, ihr seht mich oft genug. Deswegen gibt es jetzt wieder schöne Bildchen. Und ich kann derweil nämlich den Blick auch von der Kamera wegrichten und kann mir meinen großen Spickzettel hervorkramen, auf dem die technischen Daten des Surface Laptop Go stehen, die euch ja sicherlich brennend interessieren. Das Ding ist, man sieht es ja auch auf den ersten Blick, ein kleines Surface Laptop und genau das soll es auch sein. Wir haben hier ein 12,45 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1536 x 1024 Pixel. Das entspricht 148 ppi. Das Seitenverhältnis ist, wie es ihr vom Surface kennt, 3 zu 2. Das Surface Laptop Go misst 278 x 205 x 15,6 mm. Keine Ahnung, warum ich euch das vorlese, könnt ihr euch sowieso nicht merken. Und das Gewicht liegt bei knapp 1,1 kg. Damit kommen wir dann zur technischen Ausstattung. Es läuft auf diesem Gerät Windows 10 Home im S-Modus, was kein Problem ist, wenn ihr das nicht wollt, denn ihr wisst, das könnt ihr mit einem Klick beenden. Dann seid ihr im normalen Windows Home und könnt Windows 10 Home und könnt alle Programme installieren, die ihr wollt. Was alle Käufer dann auch anschließend sicherlich bald tun werden. Angetrieben wird das Surface Laptop Go von einem Intel Core i5 1035 G1. Das ist die Ice Lake Serie vom letzten Jahr, die auch in zahlreichen anderen Budget-Laptops zum Einsatz kommt. Ich fürchte an dieser Stelle schon, wie das schlimm ist, nämlich, dass sich die Leute genau daran aufhängen werden, sagen, das ist ja so eine lahme CPU und dazu gibt es auch nur 4 GB RAM mit der Minimalausstattung. Das ist ja eine lahme Möhre. Ja, Leute, große Überraschung für genau euch ist dieses Gerät auch nicht gedacht. Es ist ein kompletter Ansatz, ein komplett anderer Ansatz im Budget-Segment. Normalerweise versucht man viel Leistung für wenig Geld reinzupacken und spart dafür dann eben an der Hardware selbst, also an der Außenhülle, sage ich mal. Und Microsoft geht bei den günstigen Surface Go-Geräten genau den umgekehrten Weg. Das heißt, die Spezifikationen sind nicht high-end, dafür ist aber die Hardware absolut premium. Und das ist ja was, was es dann wiederum in dieser Preisklasse nicht so oft gibt. Und ja, das Surface Go hat, glaube ich, allen bewiesen, dass diese Taktik nicht die schlechteste ist. Es ist eines der am meistverkauften Surface-Geräte. Und ich lehne mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und behaupte, dem Surface Laptop Go blüht ein ähnliches Schicksal. Auch das wird sich, glaube ich, sehr gut verkaufen mit Preisen, die ich zum Zeitpunkt, als ich dieses Video aufnehme, leider noch nicht weiß, die aber wohl unter 600 Euro starten werden. Möglicherweise habe ich jetzt gelogen, ihr werdet es dann gleich gegenlesen können. Ich habe schon was verraten, nämlich zum Arbeitsspeicher. Es gibt 4 oder 8 GB RAM. Wie gesagt, bei 4 GB RAM höre ich die Leute auch schon wieder stöhnen. Aber glaubt es oder nicht, zum Surfen und E-Mails lesen und ein bisschen Office reicht das vollkommen und reicht auch in 10 Jahren noch. 8 GB ist natürlich dann schon die bessere Variante, wenn man ein bisschen mehr mit dem Gerät arbeiten möchte. Der einzige Punkt, wo ich tatsächlich in den Lamentier-Core einstimmen möchte, ist die kleinste Speicheroption. 64 GB eMMC. Nein, Leute, so was macht man nicht mehr. Also mit 64 GB mag man ja vielleicht gerade noch so auskommen. Wenn man nur die nötigsten Programme installiert und viele Sachen in der Cloud liegen hat. Aber eMMC, das muss nun wirklich nicht mehr sein. Wer ein bisschen mehr mag, der kriegt 128 oder 256 GB eben dann als SSD. Das Surface Laptop Go gibt es in drei wunderschönen Farben. Ice Blue, Sandstone und Platinum. Ich durfte die Geräte ja schon ein bisschen früher mir angucken. Also leider nicht in Persona, physikalisch, aber zumindest auf den Bildern. Und ich habe mich wirklich schon sehr in die eisblaue Variante verliebt. Ich glaube, das Ding wird meins. Mein Problem ist einfach nur, ich brauche momentan kein Mobilgerät, weil ich bin ja nicht mobil, ich sitze ja nur zu Hause. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Wir reden weiter über die technische Ausstattung. Wir haben WiFi 6, wir haben Bluetooth 5, wir haben eine 720p Webkamera, die allerdings kein Windows Hello beinhaltet. Windows Hello ist auf dem Surface Laptop Go über einen Fingerabdruckleser realisiert, der in den Powerbutton integriert ist. Das ist eine Variante, mit der, glaube ich, Huawei angefangen hat und die inzwischen viele andere Hersteller übernommen haben, die ich fast noch komfortabler finde, weil bei Windows Hello muss ich das Gerät immerhin noch angucken beim Einschalten. Beim Fingerprint-Reader im Powerbutton muss ich nur draufdrücken und dann fährt das Ding hoch und ich bin eingeloggt. Der einzige Unterschied ist beim Aufwachen aus dem Standby, wenn man das Gerät aufklappt und man wird per Windows Hello Gesichtserkennung eingeloggt, geht es natürlich wesentlich schneller, als wenn ich nochmal schnell den Finger auf den Sensor legen muss. Sei es drum. Auf jeden Fall gute Sache an der Stelle. Wir haben auch die Farfield Studio Mikrofone drin, wie sie auch im sozusagen großen Surface Laptop stecken. Wir haben ein USB-C, einmal USB-A, wir haben einen 3,5 mm Audioanschluss und natürlich den typischen Surface Connect Port, an den unter anderem das 39 Watt starke Netzteil angeschlossen wird, das mit dem Surface Laptop Go geliefert wird. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dann habe ich alle wichtigen Spezifikationen genannt. Ihr habt es vielleicht auf den Bildern schon gesehen, das Surface Laptop Go gibt es nur im Metallgehäuse. Kein Alcantara hier an dieser Stelle, hätte wahrscheinlich auch den Preis nochmal ein bisschen nach oben gedrückt. Ein vollflächiges Keyboard haben wir aber an Bord mit 1,3 mm Key Travel. Das ist vergleichbar mit dem Surface Laptop, also wir dürfen hier eine wirklich erstklassige Tastatur erwarten. Und in Summe, ohne dass ich das Gerät jetzt bis jetzt in der Hand gehabt habe, glaube ich, dass hier wirklich ein super schönes Premium-Paket geschnürt worden ist. Wie gesagt, wer über die Leistung lamentiert, ganz einfach, für die Leute ist es nicht gemacht. Und dafür ist halt eben aber auch der Preis, jetzt hätte ich beinahe gesagt günstig, natürlich sind die Preise immer noch Surface-typisch. Das heißt, ihr werdet Geräte mit vergleichbarer Ausstattung natürlich wesentlich günstiger von anderen Herstellern finden. Aber das ist ja auch genau Sinn und Zweck der Surface-Reihe. Wie dem auch sei, ich finde das Surface Laptop Go super schick, super sexy. Und wie gesagt, wenn ich eine Verwendung dafür hätte, also wenn ich Reisetätigkeit hätte, dann würde es, glaube ich, sofort meins werden. Ich musste spontan zum Beispiel an viele Zugfahrten denken, wo ich mit einem Laptop in voller Größe echt Probleme hatte, auf dem kleinen Zugtischchen mich auszubreiten und zu arbeiten. Dann hatte ich öfter mal ein Surface Pro oder so dabei, da ist es halt aber mit dem Kickstand und so wieder ein bisschen schwierig. Da könnte so ein schickes kleines Laptop wie das Surface Laptop Go ideal sein. Wie gesagt, ich bin sicher, es wird seine Käufer finden. Mir gefällt es prima. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesem kurzen Video ein bisschen informieren und euch ein paar Eindrücke von den beiden Geräten-Neuvorstellungen des heutigen Tages vermitteln. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich am Samstag oder Sonntag bei meinem Wochenrückblick wieder, wo wir dann sicherlich auch nochmal über die beiden neuen Surface Geräte und noch ein bisschen Zubehör, was auch heute vorgestellt wurde, dann sprechen werden. Bis dahin habt eine gute Zeit. Fast hätte ich noch vergessen, auch das Surface Laptop Go kommt am 13. Oktober auf den Markt und soll wohl ab heute vorbestellbar sein. Jetzt aber ist wirklich gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.